JNSField, sorry, dass ich dich gestern ausgefiffen habe, liebe dich bis auf 2x90min im Jahr. Ach, um Gottes Willen, mein Engel, damit kann ich komplett leben. Ganz viel Liebe geht raus. Gestern war auch so ein, falls der Mann das hört, ich sage es natürlich höflich. Ein *** auf der Tribüne. Der hat beim Aufwärmen immer geschrieben, hey, YouTube, hey, YouTube, mach mal lieber deine Videos. Und ich denke mir so, in dem Moment, ich fand es lustig, ich gucke ihn so an, ich mache so einen Kussmund und in dem Moment denke ich mir so, Mann, Bro, ist dir eigentlich bewusst, dass du gerade auf der Tribüne bist und ich am Ende auf dem Platz bin? Ich denke mir, wie geht das? So, keine Ahnung, manchmal ist es echt dumm, mit was die Leute mich fronten wollen. Also, Real Talk, keine Ahnung, front mich wegen meinem Bart, was auch kein Front ist. Aber, ähm, weiß jetzt nicht so, ne? Will er mich mit YouTube fronten? Oh nein, bitte nicht. Super Typ, wirklich, falls du das hörst, du bist der Beste, ehrlich. Und jetzt kommt mir nicht mit welcher Bart, ihr wisst welchen Bart. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020